ne leider nicht na gut dann wenn hier nichts zum ausgraben ist dann gehen wir weiter wo bin ich da jetzt auf der karte okay gar nicht so einfach dass dieses dahin zu gelangen wo ich gerne hin will was haben wir denn hier das nur so eine aussichtsplattform auch nicht schlecht das sind turm ich wette da sind wieder skelette was das eigentlich ist steht das in der karte da ist eine hängebrücke gehe ich mal jetzt einfach mal hier lang warum nicht ne kann man einfach mal machen nehmen wir mal mit aber bei meinem glück komme ich doch sowieso wieder nur auf gegner die viel zu stark sind noch für mich auto safe das ist immer gut gerade richtig diesen böser schwarze wolf ich bin nicht das rotkäppchen lass mich der bewacht hier die brücke so was haben wir die enge getrieben nein er mich auch gleich alter schwede ich hasse die und man kriegt trotzdem nur so ein zahn obwohl die viel schwerer sind super jetzt das sieht natürlich jetzt schlecht aus so da aber ich gehe noch mal zurück zu diesem wasserfass da spare ich mir immer die sachen ganz eigentlich ganz gut ich fast gar nicht daran gedacht jetzt wo ist noch ein pfeil warum liegen überall pfeile habe ich die alle dahin geschossen das ist echt alles von mir noch mal erst dauert immer leider ist ein bisschen mühselig sich hier in diesem spiel hoch zu heilen wenn man keine heiltränke hat die wände mache ich mich natürlich ganz voll der kriegt gleich eine wasservergiftung glaube ich so jetzt haben wir genug ich hoffe da kommt jetzt nicht wieder ein wolf aber sollte ja normalerweise gar nicht aber das sieht hier doch richtig schön aus kann man hier was graben also ich werde hier noch trotzdem noch mal speichern weil ich habe keine lust noch mal da zum wasserfass okay bin ich mal gespannt was uns gleich erwarten hier drüben erwarten wird das sind ja schon die ersten ja 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 wie immer so schön sagt ja voller alarm war klar natürlich sind da wieder skelette aber solange nur eins zu sehen ist scheint machbar zu sein ne das ist noch jemand ich kann den ja schon mal antriggern den einen das sind doch mehr als ich dachte vier sind das sogar ah jetzt kommen sie alle alter ja das richtig na gut dann lasse ich die doch mit einem levitationszauberspruch kannst du abgründe überwinden ja macht das jetzt überhaupt sinn da lang zu gehen ich komme ich auch an denen irgendwie vorbei gehe ich halt nicht zum turm gut habe ich gut eu gut Dann lasse ich die mal rechts liegen, den Turm. Oh, Gnome natürlich. Die sind hier bestimmt der Außenposten. Ja, niemanden mehr. Ah, Mann. Aber ich hatte eine Schaufel. Nicht, dass sie jetzt sagt, vielleicht, dass ich keine Schaufel hatte. Ich habe nämlich zwei Schaufeln. Aber da war wohl nichts zum Auszugraben. Aber ich versuche es jetzt noch einmal. Sonst... Oh. 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 Ja. Ja! Boah, Mann, das war knapp. Hier ist nichts weiter, ne? Habe ich alle jetzt ausgenommen? Waren das alle? Okay, wird nichts mehr angezeigt. Dann gehe ich mal jetzt weiter. Ja, ich werde, glaube ich, mir mal jetzt aufheilen. So, dann habe ich doch noch eine Heilpflanze. Nein, hier wurde sie. So, dann speichere ich nochmal. So, dann gehe ich mal aufheilen. Okay. Zoom. Und weiter geht's. Wieder eine Stachelratte. Zwei, oder? So, wo bin ich hier überhaupt? Da sind Wölfe. Ja, da geht's wieder zum Sumpf. Da kam ich ja eindeutig nicht weiter. Hm. Und es wäre dunkel. Das sind auch Wölfe. Wo bin ich hier denn jetzt? Wo bin ich hier denn jetzt? Wieder Wölfe. Wieder Wölfe. Oh Mann, Mann. Na gut. Hey. Ah. Ah, Mann. Oh! Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht so weit, wenn ich da jetzt weitergehe. Hm. So. Jedenfalls, da oben ist eine Sackgasse. Ich glaube... Na, vier Wölfe ist... wird doch nix, oder? Einen anlocken? Komm, einer? Hier kommen alle, ne? Ah, Mist! Ahhhh! Ich habe auch keine so gute Idee. Oder? Wenn ich jetzt... Das ist schon ein ganz schön langer Weg. Hm, Mist! Das ist ja eh eine Sackgasse glaube ich hier, oder? Da komme ich ja eh nicht weiter, wenn ich da die Wölfe erledigt hätte. Das ist nicht irgendwie noch ein Weg, der da... Ich glaube nicht. Ich glaube, die kann ich wirklich getrost liegen lassen. Die Wölfe... Aber kann man hier überhaupt weiter? Das ist die Frage, wenn ich... Das... 缺! Ah, warte mal, dann renne ich halt jetzt. Ich will nur mal gucken jetzt, ob ich hier überhaupt weiter kommen würde. Ah, ne, ah Ne, hier ist auch eindeutig Sackgasse, oder? Ne, hier geht's doch weiter Noch mehr Wölfe Weitere Wölfe Wölfe, Wölfe, Wölfe Warum sind hier so viele Wölfe? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sackgasse Warum sind hier überall so Wölfe? Hier ist ein Haus Wem gehört denn das? Alter Ja, Wölfe kommen Ja, genau, halt mal die Wölfe auf Ah, hier bin ich Mist, 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 Mist Sehr nett von mir, ne, dass ich die Wölfe zu denen gelockt habe Aber nur gemeinsam sind wir stark Ich glaube, wir schaffen die das schon Ah, sehr gut Ihr macht das echt spitze, macht ihr echt gut Danke, Leute Ich komme nochmal wieder, wenn ich nochmal Probleme habe, ne Dann komme ich nochmal vorbei Ohi, ohi, ohi Ja.